Ich, ich selbst, muss nun mein Tempo verlangsamen, weil die Welt um mich herum immer noch lauter und schneller und mal Druck behaftet wird, Tag für Tag. Ich kann das nicht nehmen. Und weil ich das in der Zukunft mache, all die Dinge, die ich will, die ich will, mit viel Zeit, aber mit viel Zeit. Vielleicht merkt man mal meine Umwelt dann, wie schnell sie eigentlich ist. Was heißt ja eigentlich? Wie schnell sie in Wirklichkeit ist. Aber dann, wenn es nachts dunkel ist, dunkel und kalt, dann erhöhe ich mein Tempo bis ins Gipfellose. Damit die Energie rausgeht. Die überflüssige und überdrüssige Energie. Und ich so meinen Geist erwecken kann. Dann schlaft ihr alle. Aber am Tage werde ich nun langsamer werden. Viel langsamer. Ich hab auch schon überlegt, mal zu Fuß zu gehen. Dann brauche ich halt eine halbe Stunde länger. In diesem Sinne.